So, eine weitere Side-Quest, kann man sagen, eine Neben-Quest. Schneller als der Blitz auf der geweihten Anhöhe in Wohnbezirk fordert ein kleiner Junge namens Lament Lightning zum Wettrennen heraus. Lightning muss Lament dicht auf den Fersen bleiben und ihn dann auf der Zielgerade überholen, um zu gewinnen. Ja, wir haben ja eigentlich jetzt eine coole Ausdauer-Kostüme, wo wir jetzt schon regulär mehr Ausdauer haben. Okay, folge ich dir mal, kleiner Knirps. Vielleicht kriegen wir ja die Fahne, so als Deko oder so. Wir kriegen ja immer irgendwie was von den Leuten. Wo nun das Ziel sein möge, das weiß ich nicht. Die bleibt auch immer stehen, ne? Ach, die Wurzel kriegen wir hier unten, weil wir diesen Einladen einladen. Da ist der Knirps. Oh, ich hätte nie wieder Fasser aus den Augen verloren, das wäre peinlich gewesen. Na komm, wo willst du denn hinlaufen? Da? Da laufen ein bisschen durcheinander hier rum. Jawohl! Ha! Bisit! Das ist das, die Musik hat. Ich glaube, ich denke, dass du so schön hast, wenn du sie in die Zeit noch zu gewinnen was. Ich denke, dass du das auch gewinnen und so kannst, wenn du das, wenn du etwas zu gewinnen hast. Ich denke, dass du ihn in der anderen Seite bist. Ich denke, dass du das so schön hast. Ich denke, dass du ein guter Tag bist. Ich denke, dass du dich nicht so gut wirst, wenn du dich ein wenigst, dann hast du dich erinnert. Ich gehe jetzt mal. Das war es auch... Das ist so schön. Du kannst du nicht sagen, Du bist zu gewinnen. Kommt, Medaille. Mehr Schaden. So, jetzt wollen wir das eine Meeting da helfen. Wir müssen unten bei diesem... Ist das ein Gemüseland unten? Gaststätte. Ich glaube schon. Ich guck mal jetzt gerade. Mangra-Gora-Wurzel. Naja, die anderen Beine habe ich ja schon gefunden. Ich muss da unten in den Südbahnhof. Nach den... Ähm... Am besten jetzt wieder ganz unten laufen. Ja, das ist immer so ein Rumgerenne hier. Überall. Und danach müssen wir zu ihr. Und danach wieder zu hoch zu... Bleat, also die wir ihr helfen müssen. Weil sie ist ja in Not. Sie baut unsere Hilfe. Halt, äh... Ja, ein wenig... Ja, aufwendig, weil... Weil es ja zwei Sterne halt ist, ne? Ah, hier. Eine Spende müssen wir jetzt geben. Äh... Äh... Was ist in der Mitte? Ob es ein毒 oder ein Verbrecher? Ob sie sich in welcher Verbrecher befinden, um es zu denken, dass es sich nur in der Zeit erinnern wird. Wenn man die Zeit erinnern hat, dann kann man es aufschauen. Ich finde, ich habe gerade die Gefahr zu beantworten. Wenn man aber auch ein Gefühl hat, dann möchte ich eine falsche Untersuchung. Sabotierte Sphären. In ganz Luxurian hat jemand Versorgungssphären an anderen Orte gebracht, die betreffenden Sphären, und gibt ein seltsames rotes Licht. Untersuche den Inhalt der fragwürdigen Versorgungssphären, um sicherzustellen, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht, und erstatte Virgil auf den Gebetsplatz im Benut... Okay, machen wir. Warum denn nicht? Ich weiß ja schon, wo die anderen sind. Also, der eine ist jetzt da. Einer soll... Auch im Südbahnhof gehen wir auch noch hin. Da haben wir den Ersten. So, der zweite soll hier bei den Speicherstadt sein, und der dritte unten. Weil ich, äh, kenne das schon hin- und auswendig, jetzt schon die Stadt, so wie viele tausendmal wir hier hin und her rumgelaufen sind. Kennt ihr ja, ganzen Part schon, wie ein Verrückter überall hier. Hä? Nein, das nicht. Oh doch! Wunderbar. Und eine unten ist der, äh, Südbahnhof, wo wir sowieso hin müssen, wegen, äh, den Laden, Gemüseladen, um hier diese eine Wurzel da zu holen, damit diese Schoko-Bo-Imperium uns da dieses Getränk macht, und dann damit wir die eine einhelfen können. Heißt also, wir haben dann zwei Seelen mit einem Schlag denn. Oh, noch einer. In einer. Ein Juni. Oh, ich bin der Himmah! Ah, da. Wir haben es ja schon. Aber ich weiß nicht, dass ich es kurz kurz umdrehen soll. Wenn du dichus, dich schlappst, dann kann ich dich nicht sagen. Ich bin einfach. Ich will die Freunde. Ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Ich bin der Chef, ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Also wenn du dich bei dir da bist, du kannst du schnell zurückkennen. Ich bin der Chef. Ich habe ich die Balle für dich und ich bin der Chef. Teilbots Dank. Und eine weitere Seele gerettet. Danke. So, der nächste befindet sich hier. Da haben wir jetzt nun alle drei. Jetzt müssen wir nochmal zum Gemüseladen. Da. So, dann gehen wir mal... Da oben wieder hoch. Zum Gewerbe... Erst zum Wohnbezirk. Und danach gehen wir zum Gewerbeviertel. Okay. Machen wir mal. Gehen wir wieder oben hin. Ich denke mal, das wird bestimmt für den einen oder anderen hilfreich sein. Für die ganzen Nebenmissionen, die ich jetzt noch so mache. Weil, wie schon gesagt, gegen Kajus habe ich jetzt momentan überhaupt keine Chance. Der ist echt vabial stark. Und ich muss jetzt mal versuchen, durch die ganzen Seelen irgendwie... Da irgendwie einen Vorteil zu haben oder irgendwie sowas. Dass ich da vielleicht irgendwie dagegen ankommen kann. Weil, Kajus ist ja auch alleine schon bei 13-2 ziemlich stark gewesen. Wollen wir mal ehrlich sein. Der war ja auch ziemlich hart. Am Abgehen. So, Burt. Hohohoho. Seelenstein abgegeben. Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Dann nicht. Komm. Er geht mir so auf den Sack. Es gibt ja noch ein Archivement, dass man 500 Siege haben muss. Ich habe hier über 300 schon gemacht. Ich habe hier überprüft, was es war, oder? Also, ich habe hier in den nächsten Jahren рассchlor. Dann kann man nichts tun. Ich habe hier vorhin nicht mehr als alles gefunden. Ich habe hier in den Fortschritten aufgestellt. Ohnein. Ich habe hier in den Fortschritten geredet. Ich habe hier schon genau das. Ich habe hier inbetrieb und das führt auch verletzten. Ich habe hier gesehen. Da ist es etwa ein Schrofen. Ich habe hier mit mir am Sklappen geholfen. Ich habe das Luf von mir hier vorgestellt. Das ist ein Wettbewerb. Sie haben das Wettbewerb. Sie haben das Wettbewerb. Sie sind die Hilfe, die du in der Welt gespeichert hast. Er ist das Wettbewerb. Sie können so sagen, dass du so an das Wort geholfen hast. Wenn du mit Lumina kennstestellst. Das ist so sehr, das Gefühl. Sie sind immer wieder aufhören. Ich denke, dass ich mich nicht mehr so fühle, was ich zu viel machen wollte. Ich glaube, dass ich nicht so fühle, was ich weiß. Soll ich die Idee, dass ich nur so lange bin. Ein bisschen die Sorgen zu sein, aber ich bin sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Und eine weitere Seele, Virgil, nun. Danke. Die Leute gucken jetzt mal dazu, wie ich seine Seele kriege. So, sabotierte Sphären haben wir abgeschlossen. Wow, das sieht auch cool aus. Ich helfe dir gleich, Baby. Wo muss da jetzt schon ausgehen, wenn jetzt schon wieder so eine blöde Kreatur kommen? Das ist alles? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben alles bekommen. Super! Dann machen wir es ja. Du hast die Beine gefunden. Wir haben eine Beine gefunden. So, wir haben es ja. Bitte, 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 bitte. Ja, machen wir. Ja, darf ich mal durch? Leitening ist aber richtig schlank, ey. Kommt schon an meinen Körper so ran, ey, mit den Schlankheit. Ach, da ist sie, aha. So. Das war's. Das war's für mich. Ich wünsche dir, dass du mit deinem Gehirn öffnest, dass du mit deinem Gehirn öffnest, was du mit deinem Gehirn öffnest. Ich weiß jetzt nicht, wo sie sich aufhalten tut, diese Engelstränen. Muss ich nochmal gucken. Wie man das jetzt bekommen könnte. Hm. Gucke ich mal hier. Engelstränen. Entschuldigung. Luca. Vor dem Südbahnhof steht Luca, die euch ihre Tränen für 10 Geld verkaufen möchte. Nimmt das Angebot an, was ebenfalls danach für seinen Auftrag gilt. Leider möchte sie euch danach nicht mehr verraten. Ihr müsst nun an jeden Tag einen neuen Tränenkirche und höheren Betrag zahlen, um diese gesamte Geschichte zu erfahren. Bei den zweiten Besuch sind dieses 50, dann 300 und dann schließlich 1200. Keine Angst, ihr erhaltet das Geld plus einen Bonus nach dem Abschluss der Quest zurück. Als Beispiel besucht Luca an den zweiten Tag und schließlich an den fünften. Beginnt die Quest also so früh wie möglich, damit ihr später noch genügend Tage im Spiel übrig habt, nachdem die letzte Geschichte automatisch beendet. Luca. Gucke ich mal.